Es ist ja jetzt so, dass... ...basically zweieinhalb Wochen kein Video ist gekommen. Ich habe das Gefühl, es ist genug Depressionen geschoben worden und meine Narkose kickt auch nicht mehr so. Es wird Zeit, wieder eine Frage zu beantworten. Und zwar kommt die Frage vom lieben Herr Jarnow. Wie würde die perfekte Superheld aussehen? Und welche dumme Schwäche hat er? Wie würde er aussehen? Also auf jeden Fall muskulös. Also so einen halben Meter Waden. Seine Schwäche ist, er hat Diabetes. Er muss sich auch eine halbe Stunde Insulin spritzen. Also so richtig mieses Diabetes. Und dazu kommt noch, er hat eine Spritzenphobie. Let's gooooooo! Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Ja. Lange mir da! Wie war es? Ohne uns! Befreiend! Das war echt lustig. Stoer! Ende im Gelände! Ende im Gelände! Hast du Bier gemacht? Nein, ich habe Feuer gemacht! Hahahaha! Ich möchte auch die anderen, die Weight Chips. Du ja! Die gibt's auch nie! Mh, was ist die French Spice? Sauce! In der Fall! Flavor! Und dann haben wir noch qualitativ hochwertiges Wasser. Mundet! Es mundet ja, schon recht. Du mal ab! Du mal essen! Vrouwen! Oh mein Gott, vrouwen! Oh, weh! Weh! Ganz ruhig hier! Ich bin stolz auf diese Kräfte! Okay! Das ist ja mein Geschirr. Wir haben jetzt leider ein bisschen so. Das gebe ich vor. Erik, du musst nicht sieben! Du musst rauslassen! Du musst anzuweisen! Du musst anzuweisen! Ah! 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 Hallo Daria! Hallo! Hallo! Das kann ich dir vorstellen! Das sage ich dir doch wie immer, wenn jemand auf der Kamera etwas drauf hat! Was sag ich? Du äh! Weitere ja! Ja! Und ein Sperrmier! Synonym für Sperrmier! Samen! Danke! Mit zwei Worten! Da tun wir Geld in die Samenbank! Nice! 10 Sekunden! Not a bonewood! Schön! Aber du bist schon ziemlich stu! Ich wüsste es jetzt! Ich auch nicht! Frau! Was machst du, Erik? Das ist schon das, oder? Schon richtig, oder? Zusammen! Schon richtig! Wenn ich weiss, welches Wort hast du noch mal gesehen! Äh! Weisst du was das ist? Nein! Weisst du was das ist? Weisst du was das ist? Weisst du was das ist? Weisst du? Was? Was ist das? Ich sehe nicht! Schon fertig! Rotkämpchen! Schönen! 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 Das kann schon! So ein Idiot! Aber dann nimmst du es in 8 Minuten auf! So! Ja! Hallo! Los! Golf! Mini! Golf Ball! Golf Mini! Golf Mini! Golf Mini! Golf Mini! Die zwei haben gewonnen! Du und wir zwei! Thunder Dogs! Thunder Dogs! WTF! 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 Jetzt hatten die Jungs einen Shotgun, und jetzt sind sie drinnen! Im Kotzeilen! Schönen wir mal schauen! Jungs, wie sieht es hier innen aus? Das Bier ist absolut hässlich! Shotgun ist die dümmste Idee gewesen! So für mich! Was für Pussies! Das war wirklich für nichts! Das war für hobbylose Leute, die 16 Jahre alt sind und sich übertrinken! Ich kalt doch! Ganz ehrlich! Das Ding ist ein Staubliebter! Ich brauche mich komplett viel! Was? Haha! Schönes Messzeug! Aber ein gewisser Pegel ist mir einfach nicht mehr zurechnungsfähig! Hast du den Pegel schon erreicht? Ich muss halt nur noch mit dem Velo zu mir hin! Hey Tommy! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Alter! Ich hätte mir das wirklich zudrauben! Willst du mir das vollen? Willst du mir das vollen? Danke, du bist mega lieb! Ja, ich bin alleine da! Ich war niemals mit euch! Ja, sie war alleine da! Ich wusste nichts von ihrem Freund! Kauf le Bitch ne Handbag, weil ich weiß, dass sie sich freut! Ich habe einen Plan zu machen! Ich hab mich mit euch mit dem Linden! Ich habe mit euch mit ihm aufgeschrieben!